Herzlich Willkommen Freunde des gepflegten China-Böllers zum 99-Damage-Newsflash. Mein Name ist Muxor und wir werden uns heute wie immer die neuesten News rund um CSGO anschauen. Und wir haben unter anderem die Franzosen, die diesmal Tatsache ein Turnier gewonnen haben und nicht einfach weggelaufen sind. Anfangen werden wir diesmal allerdings wie fast immer mit der E-League. Und zwar gab es ja diese Woche Tatsache, die Gruppe in der Mausports gespielt hat. Ich konnte es leider selbst nicht wirklich verfolgen. Allerdings war es ja so, dass Mausports letztendlich in der Gruppe, bevor man in die Gruppen Playoffs rein ist, auf dem zweiten Platz stand. Was nicht schlecht ist. Also Navi war erster, Maus war zweiter. Und sie mussten dann also gegen Flipside ran. Und da dachte man sich eigentlich, okay, sollte eine Aufgabe sein, die machbar ist, damit man zumindest ins Finale der Gruppe kommt. Um dann also auf jeden Fall quasi diese Chance auf den Last Chance Qualifier zu haben. Jetzt gab es aber leider das klitzekleine Problem, dass Flipside einfach unglaublich gut gespielt hat. Und dementsprechend Mausports leider bereits im Halbfinale rausgekickt hat. Was also bedeutet, dass die Deutschen aus der E-League leider soweit ausgeschieden sind. Es sah eigentlich alles vielversprechend aus. Aber Flipside hat leider zum richtigen Moment dann individuell vor allem auch einfach stärker gewesen als Mausports. Und das hat ihnen da wirklich das Kind gebrochen. Was ich sehr, sehr schade fand. Denn man hätte es sich auf jeden Fall verdient. Aber leider mal wieder in so einem Schlüsselmoment, in dem Maus nicht unbedingt auf der Höhe war. Allerdings wollen wir natürlich den Blick nicht senken, sondern nach vorne auf die ESL One Cologne richten. Ja, und mit der ESL One Cologne kann man auch direkt weitermachen. Denn da wurde jetzt tatsächlich der Zeitplan bekannt gegeben. Es wird also so sein, dass es die ersten drei Tage, bevor es wirklich in die Arena geht, jeweils um 11 Uhr mit den Matches losgehen wird. Das heißt also die, die dann noch quasi in den Studios ausgespielt werden. Der erste Tag der Arena ist ja dann der Freitag. Und da wird bereits um 8 Uhr aufgemacht. Also ihr könnt da wirklich schon sehr, sehr früh vorbeikommen. Was ich denke ich mal auch ganz gut finde. Weil letztes Mal war es schon so ein bisschen schwierig mit dem Anstehen, das alles richtig zu timen. Und vor allem waren die Schlangen halt auch sehr, sehr lang. Und wenn man jetzt schon so früh kommen kann, dann sollte das natürlich kein größeres Problem darstellen. Das gilt jetzt allerdings auch nur für den Freitag. Da geht es dann bereits um 10 Uhr los. Und an anderen Tagen jeweils dann um 11.30 Uhr werden dann die Tore geöffnet. Somit also dann trotzdem ein bisschen später. Ja, könnt ihr dann auch länger ausschlafen, wenn ihr euch vielleicht auch das ein oder andere Bier gegeben habt. Das soll tatsächlich auch vorkommen. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Wir werden ja das ganze Event von vor Ort übertragen. Also wirklich alle sechs Tage zusammen aus Köln. Immer wieder aus der Arena. Nicht direkt in der Arena, sondern nur aus der Arena raus. Das ist ein wichtiger Unterschied. Denn in der Arena selbst sind natürlich wie immer die englischen Kommentatoren. Das ist ja gar keine Frage. Und wenn ihr natürlich vor Ort seid und uns auch mal sehen möchtet, ist wahrscheinlich die beste Gelegenheit. Denn da werden wir auf jeden Fall immer mal wieder so ein bisschen unterwegs sein. Und vor allem auch hier nochmal der Hinweis auf das 99 Damage Community Treffen, das dann am Samstag um 22 Uhr stattfindet. Im Rahmen auch dieser ESL Party sozusagen. Also wenn ihr uns da auch mal ein bisschen unterhalten möchtet quasi mit uns, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ja, und passend zum Major gab es natürlich auch wieder ein Update. Ja, ist ja völlig logisch. Die Sticker wurde jetzt also veröffentlicht. Die Pick-M-Challenges, wo ihr wieder eure Predictions abgeben könnt und so weiter und so fort. Also alles ums Major rum ist jetzt quasi wieder eingebaut worden. Falls ihr also noch keine Sticker gekauft habt und eure Spieler jetzt noch irgendwie unterstützen wollt, dann macht das am besten noch, bevor das Major losgeht. Zum einen, damit ihr krasse Screenshots machen könnt und die auf Twitter stellt und dann mit euren Spielern in Verbindung treten könnt. Und zum anderen natürlich auch, um die Pick-M-Challenges auszufüllen. Denn ihr könnt wie immer natürlich auch eine kleine Trophäe gewinnen, wenn ihr natürlich mit euren Predictions richtig liegt. Das ist natürlich die große Voraussetzung. Ja, die Dumex Summer 2016 wurde ja jetzt auch ausgespielt und die Immortes konnten dieses Turnier letztendlich für sich entscheiden. Also mal wieder ein Erfolg für die Brasilianer sozusagen. Sie mussten sich im Halbfinale gegen Godstand durchsetzen, hatten da ein 2 zu 1 gegen die Schweden rausgespielt und ihr Finalgegner, die Ninjas in Pyjamas, die haben mal wieder Astralis im Halbfinale rausgehauen. Also die Dänen auch mit dem Wechsel von Gerber jetzt irgendwie nicht übers Halbfinale rausgekommen. Übrigens auch hier nochmal ein bisschen der Hinweis im Hinblick auf das Major. Sie werden auf dem Major nicht mit Gerber spielen können, sondern müssen da noch mit Glaive antreten. Das solltet ihr vielleicht, um noch zuvorhin quasi den Bogen zu schließen, das solltet ihr vielleicht in euren Pick-M-Predictions auch berücksichtigen. Ja, das Finale konnten die Immortals dann kurz und schmerzlos, in Anführungszeichen, mit einem 2 zu 0 für sich entscheiden. Das hat den einen oder anderen schon überrascht. Denn wie gesagt, eigentlich die Ergebnisse der Brasilianer eher durchwachsend gewesen. Aber ich gönne es ihnen auf der einen Seite schon irgendwie so ein bisschen. Denn ja, sie sind halt ein aufstehendes Team momentan. Und gerade jetzt auch gegen die Ninjas in Pyjamas zu gewinnen, beziehungsweise überhaupt gegen dieses Teilnehmerfeld, was da so da war, wird ihnen sicherlich nochmal einen ordentlichen Boost geben. Auch die E-Sport Championship Series hatte dieses Wochenende ihre Playoffs, und zwar in London. Das war auch ein relativ kurioses Turnier, weil sowohl Nip als auch Astralis jeweils im Lower-Bracket-Finale ihrer Gruppe rausgeflogen sind. Das heißt also, die haben alle Spiele, die sie hatten, verloren. Beide Teams, also zwei Spiele quasi hintereinander. Und gut, da muss man sich bei Nip natürlich jetzt keine Sorgen machen, denn die haben gegen G2 verloren, die später auch das Turnier gewonnen haben. Aber im Endeffekt hat Astralis gegen Cloud9 2 zu 0 verloren. Und das war schon so ein bisschen was, wo man sich gesagt hat, okay, was ist da eigentlich genau mit Astralis los? Auch jetzt wieder im Hinblick aufs Major, nicht unbedingt optimal das Ganze dann für sie verlaufen. Letztendlich im Finale dann G2 gegen Luminosity Gaming gestanden. Das war tatsächlich das letzte Turnier, was LG jetzt auch unter der Flagge von LG gespielt hat. Das heißt also, das Team rund um Vordern, die werden ab jetzt dann bei SK Gaming sein, aber da kommen wir natürlich beim Wechselkarussell nochmal darauf zurück. Aber G2 wirklich mit dem absolut verdienten Turnier. Sieht klar in der Halbfinalpartie gegen Fnatic. Fnatic saß auf das zweimal eine Zeit lang gar nicht so gut aus. Aber ich habe das Spiel mitverfolgt. Da hat Scream dann irgendwann mal, ich glaube es ist 8 zu 1 stand, einfach einen 4K hingelegt und ab da ging es halt komplett bergauf mit ihm. Sie haben dann ein super krasses Comeback hingelegt und haben Fnatic dann auch komplett kaputt gemacht auf der ersten Map, ja sowieso auf Overpass 16 zu 2 gewonnen, weil mich nicht alles täuscht. Und dementsprechend dann auch im Finale halt gegen LG sehr, sehr sicher. Also wenn die einmal ins Rollen kommen bei G2, wenn sie diese Confidence, wenn sie dieses Selbstbewusstsein haben und auf ihr Aiming auch wirklich voll spielen können, dann ist es sehr simples, aber halt auch super effektives CS. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche vom Newsflash. Natürlich sind jetzt erstmal All Eyes auf die ESR1 Cologne gerichtet sozusagen. Deswegen gab es jetzt diese Woche auch wieder nicht unbedingt so hundertprozentig viel. Ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es so war und abonniert den Channel, damit ihr keinen Newsflash mehr verpasst. Wir sehen uns dann morgen zum Wechselkarussell wieder. Bis dahin, bleibt sauber, genießt den sonnigen Tag und haut rein! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.